Die Dresdner Eislöwen werden präsentiert von VimoDrom, der starke Partner für ihre Gesundheit. Wir freuen uns auf das nächste Punktspiel-Wochenende mit unseren Dresdner Eislöwen. Morgen geht es weiter zum fünften Spieltag bei den Löwen Frankfurt, dem Ex-Klub von David Suvanto. Und am Sonntag Heimspiel dann gegen den EHC Freiburg. Info dazu, ab sofort gibt es auch immer ein sogenanntes Test-Ticket oder anders gesagt ein Test fürs Ticket für 5 Euro. Dank unserer Sponsoren ist das möglich, dass alle, die sich testen lassen müssen, um in die Energie-Bund-Arena zu unseren Spielen zu kommen, sich im Testzentrum hier vor der Arena testen lassen. Das Ticket dazu gibt es für alle Dauerkarteninhaber und auch für die, die sich sonst eine Tageskarte holen, in der Geschäftsstelle, im Fanshop, an der Abendkasse oder auch online. Das ist, wie gesagt, dank unserer Sponsoren möglich, dass ihr euch für 5 Euro hier im Testzentrum testen lassen könnt. David, Frankfurt, morgen, dein Ex-Klub, freust du dich auf das Spiel? Ja, es wird sehr spannend sein, wieder in die Eissporthalle zu gehen. Viele familiarische Fälle und einige Erinnerungen. Und es wird sicher ein spannendes Spiel sein. Also natürlich freut sich der David auf das Duell mit seinem Ex-Klub wieder in die Eissporthalle nach Frankfurt zurückzukommen. Viele bekannte Gesichter zu sehen. Er weiß ja, wie es dann auch dort abläuft, weil er zwei Jahre dort gespielt hat. Ja, also große Vorfreude auf das Duell. So, that was personally. Das war dein Persönliches. Aber es wird ein schwerer Gegner. Ja, wie wir vorhin gesprochen haben, es wird ein sehr schwieriges Spiel sein. Sie sind die einzige Team mit einem cleanen Schild so farben. Zwei Shoutouts. Aber wir müssen unser A-Game bringen. Wir müssen uns auf uns selbst fokussieren und unser Spiel spielen. Und wir sehen, wie weit das uns geht. Frankfurt natürlich das Top-Team der Liga aktuell. Noch ungeschlagen. Zwei Shoutouts dabei gewesen. Aber das interessiert uns eigentlich weniger, weil wir konzentrieren uns ja sowieso auf unser Spiel. Und wenn wir unser Spiel spielen, dann können wir auch jeden Gegner schlagen. Auch wenn das natürlich in Frankfurt gegen die Löwen eine ganz besondere Herausforderung wird. Wenn du zurückdenkst, es war ein spezielles Jahr für dich mit der Corona-Erkrankung. Aber dir geht es wieder richtig gut. Du bist voller Energie anzugreifen. Ja, ich fühle mich in Ordnung. Die Corona-Erkrankung hat mich nicht mehr, außer der Gäste. Und ich bin sehr froh, zurück zu sein und es ist gut, wieder Hockey zu spielen. Also er freut sich, wieder Eishockey spielen zu können. Er hat das alles hinter sich gelassen. Das Einzige, was ihm noch so ein bisschen behindert, sagen wir mal, ist, dass die Geschmacksnerven noch nicht wieder zu 100 Prozent funktionieren. Aber das kommt irgendwann dann auch wieder. Vier Spiele haben wir gespielt. Wie zufrieden bist du mit der Mannschaft insgesamt? Die Spiele, die wir haben gespielt, haben ein bisschen hoch und hoch. Ich denke, am Ende des Tages, wenn du die Liga auf 7 Punkte in 4 Spielen schaust, ist es nicht schlecht, es ist nicht gut, es ist okay. Also sieben Punkte aus vier Spielen ist jetzt nicht schlecht, ist aber auch noch nicht besonders gut. Wir sind da so im Mittelfeld der Tabelle. Nach vier Spielen, es ist okay, aber ist natürlich noch Luft nach oben. Und wir wollen jetzt natürlich ins Wochenende mit viel Schwung starten, den Schwung mitnehmen, um dann auch weitere Spiele zu gewinnen. Der Fokus ist natürlich auf Frankfurt als erstes, aber hast du dich auch schon mit Freiburg beschäftigt am Sonntag? Also das Freiburg-Spiel am Sonntag ist jetzt natürlich noch nicht im Fokus, weil es erstmal der Blick natürlich auf das Spiel in Frankfurt geht. Aber wir hoffen natürlich, dass die Halle voll wird am Sonntag, dass uns die Fans, die Mannschaft wieder nach vorne peitscht, so wie es auch in den letzten beiden Spielen schon war, auch wenn es vielleicht noch nicht die große Zuschauerzahl war. Und dann sind wir uns sicher, dass wir da auch gegen Frankfurt, pardon, gegen Freiburg punkten können. David, vielen Dank. Das nächste Mal in Deutsch? Vielleicht. Vielleicht, so machen wir das.